Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Justin. Welcome back to another video. Und dadurch spielen wir YouTubers live. Oh Gott, ich sag jetzt auch YouTuber, weil meine Mutter das immer so sagt. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall machen wir heute weiter. Und, ähm, ja, wir haben 39.000 Manenten, was schon eine Menge ist. Wir verdienen schon 4 und 75 Dollar schon mit einem Video. Okay, jetzt verdiene ich echt mehr. Und wir haben erst den 4. Mai, das heißt, die Miete muss ich gar nicht zahlen. Na gut, ich würde sagen, wir, ähm, wie machen wir das? Kurs können wir, ja, wir können wieder zum Kurs gehen, ne? Hier, Computerwissen für Anfänger. Ja, wir werden die Kurs starten. Ich denke, es lohnt sich. Ich denke, es lohnt sich wirklich. Ähm, ja, die Frage ist, soll ich jetzt mal arbeiten gehen? Wir gehen jetzt mal arbeiten für 20 Dollar. Und danach glaube ich, dass wir uns erst mal schlafen legen müssen. Das könnte natürlich dann wohl auch sein. Wie sieht es mit hier aus, damit aus? Haben wir einfach Punkte? Nein, wir haben hier keine Punkte, leider. Aber, unser momentan das Ziel ist es immer noch, äh, 50.000 Manenten zu bekommen, was wir noch nicht haben. Wir haben nämlich momentan 39.000, was eine Menge ist auf jeden Fall. Wir bekommen dauerhaft konstant welche dazu, was sehr, sehr gut ist. Aber es können natürlich mehr sein. Deswegen, ähm, kann ich das hier bewerben eigentlich? Kommentare. Ah, die Kommentare haben wir schon gelesen beim letzten Mal. Bewerben, ah, beworben. Ah, habe ich schon. Und ich verstehe. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Sollen wir erst mal lernen? Ich meine, er lernt jetzt gerade, was sehr, sehr cool ist. Aber, äh, wir, ich bräuchte, ähm, ich glaube, Videos zu machen ist wichtiger, oder? Ja, wir machen erst mal Videos. Wir machen erst mal neues Gaming-Video, solange die Spiele gut ankommen. Machen wir lieber Videos. Und Call of Fury kommt immer noch sehr gut an. Nein, ich will es nicht verkaufen. Immer jedes Mal, wirklich. So, wir starten die Dings-Tab-Boom-Star. Und wir, äh, werden erst mal das Video erstellen. Deswegen, okay. Wir haben Geld bekommen. 141 Dollar. Eine Menge, 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 Menge Geld. Aber, na gut, wir machen das nächste Video. Ähm, Arbeitsplatz, Landerpunkte, bla, 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 Call of Fury. Ich mag Furries. Keine Ahnung. Wird schon ein guter Titel sein, schätze ich mal. Die Leute werden die Titel lieben. Und das Video werden sie auch lieben. Und mich werden sie lieben. Weil ich so super toll bin. Okay, kleiner Spaß. Ladespiel. Ähm, Tanz der Begrüßung. So, ich habe schon wieder vergessen, was ich klicken soll. Wie man was klickt. Ladebildschirm mit Hinweis. Ähm, lustiger. Was war nochmal das Witzige, das Gute? Äh, und lustiger Kommentar? Oh Gott, okay. Das war in Ordnung. Du hast 20 Kills gemacht, bevor du getötet wurdest. Äh, 6 Punkte habe ich nur noch. Das heißt... Ähm... Lustige Kritik. Okay, nice, 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 nice. Zeit, bevor das Spiel startet. Kann ich überhaupt irgendwas nehmen? Ja, kann ich. Aber ich habe gar keine Punkte mehr. Das war's. Oh Gott. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Punkte mehr. Oh, ich brauche echt mehr Energie. Ja, wir brauchen mehr Energie. Definitiv viel mehr Energie, Leute. Das ist sowieso wichtig. Aber na gut, äh, machen wir jetzt mal ganz simpel. Das passt hier rein. Und, äh, oder ist es besser, wenn ich es vertausche? Ne, ne, ist beides gleich schlecht. Na gut, wir laden es trotzdem hoch, auch wenn es dieses beste Video ist. Äh, ich finde, ein Video zu bewerben lohnt sich erst, wenn es wirklich gut geklappt hat. Und das hat definitiv nicht gut geklappt. Aber, wir werden es trotzdem hochladen. Und wir wollen uns ins Schlaf legen, weil ich denke, das könnte wichtig sein. Das tun wir vor dem Kurs. Den Kurs können wir ja weiter laufen lassen. Wir können ja die Sachen, die wichtiger sind in dem Moment, können wir einfach davor tun. Zum Beispiel Essen ist wichtig. Das können wir ebenfalls davor tun. So, dass wir erstmal essen und dann den Kurs weitermachen. Und da wir mehr Geld brauchen, können wir zum... Ah, drei Dislikes. Ich liebe Call of Fury. Gameplay-Videos sehr interessant. Sowas von schlecht. Call of Fury ist das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Du solltest keine Videos machen, wenn du zu müde bist. Ja, okay, das stimmt. Ich stimme dir zu, du hast recht, okay? Du darfst mal ein Video, aber trotzdem nicht das Liken. Das ist nicht okay von dir. Ey, 40.000 Mal nennen. Alter, das wäre eine Menge. Okay, sehr gut. Aber na gut, ich würde sagen, jetzt könnten wir erstmal arbeiten gehen. Wir gehen erstmal arbeiten für 50 Dollar. Weil ich meine, wieso nicht? So, bitte als Praktikant arbeiten gehen für 50 Dollar. Und dann würde ich sagen, dass wir erstmal einkaufen gehen. Denn das könnte ebenfalls sehr wichtig sein. Ja, das könnte sehr, sehr wichtig sein sogar. Okay, wir gehen arbeiten, wir verdienen Geld. Sehr, sehr gut. Die Zeit vergeht natürlich, aber so ist das Leben halt nun mal. Und jetzt gehen wir einkaufen. Zum Glück müssen wir nicht mehr für die Schule lernen, oder? Muss ich noch für die Schule lernen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass wir für die Schule lernen müssen. Okay, sehr gut. Na gut, was haben wir hier? Wir, ich würde gerne... Oh, ich könnte Konsolen holen. PC, World, Tech. Wie fällt das auf? Jetzt kann schon lange kein Sponsoring mehr sein, ne? Was ein bisschen blöd ist. Aber na gut, wir gehen zu, nicht Ikea. Obwohl, was bringt mir Ikea eigentlich? Es ist einfach nur... Es ist einfach nur Equipment. Oh, cool. Hier. Twister. Und hier ist ein Minecraft-Bluesstier. Wo war das? Hier war... Oh, hier ein Router-Creeper. Oh Gott, das ist so cool. Das ist mein Traum. Den wollte ich schon nochmal haben, den roten Creeper. Aber nein, ich werde mir erstmal... Äh, meine PC-Sachen verbessern, glaube ich. Ne, hier sind Spiele. Wo waren nochmal die PC-Sachen? Meine Güte, ich komme mir gar nicht mehr klar. Hier sind alle Konsolen. Ähm... Ich habe keine Ahnung. Wo war das nochmal? Amazing? Nein, hier sind alle Spiele. PC World Tech, da, oder? Hier haben wir es, okay. 390 Dollar für den PC. Verarschen. Das ist so viel, Leute. Na gut, holen wir erstmal das Mikrofon. Weil ich meine, wieso nicht? Oh, das ist zu teuer, oder? Ja, das ist zu teuer. Was ist das genau? Äh, Cam. Ich kann aber eine Maus noch holen. Sehr gut. Jetzt haben wir mehr und bessere Sachen. Können die Videos umso besser machen. Und jetzt kann man quasi ein neues Gaming-Video machen. Wir haben hier wieder, ähm... Fröhliche Kommentare zu bekommen, was sehr, sehr cool ist. Nimmst du den? Danke. Äh, ja, lasst uns ein neues Gaming-Video machen. Kommt das Spiel noch gut an? Das Spiel kommt gut an. Ja, es kommt noch gut an. Und Gameplay starten. Let's go. Wir bräuchten mal wieder neue Spiele. Das steht schon mal fest. Das steht wirklich fest. Ähm... Normale Auflösung. Alles ist gleich geblieben, oder? Ja, ich glaube, alles ist gleich geblieben. Na gut. Kurs fortsetzen. Ähm... Nee, nicht kurz fortsetzen. Was sehe ich da? Wieso habe ich das Kurs fortsetzen gesagt? Ich habe keine Ahnung. Aber, äh... Ich... Okay, ich bin überfordert. Ich sage, ich nenne das Video drohen, okay? Ich sage... Oh. Oh, die Sachen müssen mal ankommen. Oh, nein. Oh, nein. Sie müssen mal ankommen. Jetzt habe ich kaum Energie mehr. Oh, mein Gott. Intro mit Logo. Formelle Begrüßung. Coole Begrüßung. Nehmen wir was ganz simples. Coole Begrüßung. Oh, Gott. Zusammenfassung des Spiels. Äh... Oh, das ist gar nichts. Oh, nein. Äh... Das... Ich habe... Oh, das ist auch in Ordnung. Das Spiel hängt sich auf. Äh... Lustige Kritik. Ja, wieso nicht? Jetzt ich mal. Ich kann kaum Punkte aufwenden. Das ist so nervig. Ausschnitt. Oh, lustiger Kommentar. Ich muss das wählen, weil es hat die wenigsten Punkte. Sechs Punkte haben wir noch für zwei Stück. Du hast einen Easter Egg gefunden. Äh... Fröhliche Äußerung gebe ich. Und beim letzten gebe ich jetzt vier Energie noch. Okay, das ist in Ordnung. Hauptmenü. Äh... 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 Das hier. Ist das okay? Ja, ist in Ordnung. Oh, nein. Das Ende. Ich habe keine... Oh, Mann. Hey, es ist so nervig. Ich habe kaum Punkte. Wieso sind meine Punkte nicht da? Boah, das ist ärgerlich, ey. So nervig, Leute. Bam. Ähm... Ne, das könnte nicht so gut sein. Das könnte besser sein. Das ist in Ordnung so. Und so. Na gut, ein Rota. Lassen wir einfach mal so. Das wird schon in Ordnung sein, denke ich. Ah, seine Punkte sind für die Effekte. Kann das sein? Ja. Aber wie bekomme ich mehr Effekte? Ich will mehr Effekte haben. Und ich weiß es immer noch nicht. Oh Gott, das letzte Video kam nicht hoch. Beim letzten Video habe ich euch ja gefragt, wie es geht. Aber es war am letzten Video. Das heißt, ich werde das erste Fahrt, wenn das Video da ist. Aber na gut. Ähm... Ich weiß gar nicht. Wie kann ich mehr Effekte haben? Das würde ich mal das hier anöffnen. So. Tja, es ist echt sehr interessant. Ich werde jetzt mal kurz warten, bis mein Computerwissen hier gestiegen ist. Und gucken, wie das Video ankommt. Oh Gott, ich muss auf jeden Fall Essen essen. Ja, wir müssen das mal Essen kaufen, Leute. Definitiv was mal Essen kaufen. Das ist so wichtig. Also, kann man nicht anders sagen. Ähm... Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch schlafen gehen. Mein... Oh Gott, jetzt bin ich sogar müde. Und der Computer arbeitet deswegen. Oh Gott, ich bin überfordert. Ja, drei Likes. Äh... Schlechtes Video ever. Sei leicht. Du bist das schlechteste Mensch ever. Besseres Spiel. Cool. Du solltest keine Videos machen. Wieso? Ich bin nicht zu müde. Beeindruckend. Wo hast du denn Nachbearbeitungsfähigkeiten her? Welches Programm verwendest du? Bitte, 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 verrate es mir. Okay. Sehr interessant. Naja, gut. Das Video kam zum Teil gut an. Äh... Wir gehen erst mal schlafen. Genau. Und danach gehen wir erst mal Essen kaufen. Weil wir müssen dann auf jeden Fall essen. Hey, ich muss gerade was für meinen Computer holen. Bin gleich wieder weg. Okay, danke, dass du bald wieder weg bist. Das finde ich super. Okay, finde ich... Moment mal. Äh... Ach so, erst mal... Erst mal einkaufen. Meine Güte, dieser Kurs, ne? Der irritiert mich so extrem. Aber wir müssen ihn machen. Meine Statur ist voll chillig. Habt ihr gesehen? Ziemlich cool. Salat. Vier Dollar. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kaufe immer so viel Salat wie möglich. Und jetzt kann man essen gehen. Nein, erst mal essen. Erst mal essen gehen. Und dann Kurs, okay? Ich hasse diesen Kurs so sehr, Leute. Meine Güte. Und wir haben hier... Ja, Salat. Ist es genug? Für Energie gibt mir das. Ah! Das gibt mir die Energie. Oh Gott. Hier, seht ihr die Energie? Jetzt verstehe ich. Das heißt, wir sollten immer Videos mit vollem... Hallo? Kannst du mal nicht... Oh Gott, er geht wieder zum Kurs. Ich würde am liebsten den Kurs abbrechen. Wirklich, am liebsten würde ich das tun. Sowas von. Aber das gibt mir die Energie. Das heißt, wir sollten... Ja, noch ein Salat. Genau. Und jetzt können wir ein neues Game-Video machen. Und jetzt können wir ein besseres Video machen, glaube ich. Das kommt noch gut an. Das ist schlecht. Das können wir verkaufen. Können wir ein bisschen Geld bekommen, okay? Und das können wir... Hier können wir ein Video machen. Wir haben jetzt so viel Energie. 30 Stück. Oh Gott, ich habe das nie gecheckt. Jetzt checke ich das aber. Okay. Äh, Video erstellen erst mal. So, genau. Das Tor sieht voll krank aus. What the freak. Aber na gut. Äh, normales... Pop-Schutz. Was? Omni-Ausgabe? Was ist genau Omni-Ausgabe? Ich habe keine Ahnung. Minus 3? Sieht aber nicht gut aus. Na gut. Machen wir einfach mal. Ähm. Ich habe Energie. Aber sowas von... Okay, das ist logisch. Ah, okay, okay, okay. Na, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Dann wollen wir mal. Äh, ich habe gleich Energie. Das heißt... Coole Begrüßung. Tanzende Begrüßung, weil ich so viel Energie habe, Bro. Okay? So viel Energie. Ladebildschirm. Nehmen wir... Ernster Kommentar. Ne, philosophischer Kommentar. Ah, es passt gar nicht. Äh. Du hast Easter Egg gefunden. Du hast Easter Egg gefunden. Ähm. Nehmen wir... Versehen in der Kommentar. Ja, es ist noch eine Ahnung, würde ich sogar sagen. Es ist noch eine Ahnung. Okay, nice. Äh, interaktiver Ladebildschirm. Nehmen wir gleich... Was ist das hier? Ja, das ist gut. Das passt. Das passt. Das wissen wir. Was ist hier? Ein normales Spiel. Das ist das vorletzte. Äh, nehmen wir Ratschlag. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ausschnitt. Da nehmen wir... Äh... Ich habe keine Ahnung. Kurzer Kommentar. Nein! Oh, warum soll ich wissen, was passt und was nicht? Ich muss mir alles merken, wirklich. Und jetzt Begrüßung. Übergang in schwarze. So. Okay. Wir haben alle Punkte voll bekommen. Das heißt, wir haben sehr viele dieser Teile. So. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich die Effekte bekomme. Aber das werden wir noch sehen. So. Ja. Ja, ja, ja. So. So. Ja. Okay, das ist schlecht. Oh Gott. Das tut weh. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das tut weh. Das tut weh. So machen wir das. Nein, nein. Das tut weh. Oh Gott. Hör auf damit. Bitte. Hör auf damit. Das ist in Ordnung. Machen wir das so. So. Und so. Viele rote, aber es ist in Ordnung. Das wird schon in Ordnung sein, denke ich. Oh Gott. Wie kriege ich denn mal diese Effekte her? Vielleicht durch auch Kurse? Äh. Es könnte natürlich sein, ne? Ja. Es könnte definitiv sein. Oh, mein PC ist kaputt. Reparieren. Natürlich. Wir müssen es reparieren lassen. Ist ja auch klar. Aber nur, das Video wird hochgeladen. Und jetzt gehen wir erstmal arbeiten, denke ich. Für 48 Dollar. Gehen wir arbeiten, damit wir uns vielleicht besser das Equipment oder sowas holen können. Wofür brauchen wir das überhaupt? Ja, bald habe ich wenigstens 50.000 Minuten. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben den 14. Mai. Ja, also ich habe immer noch Geldprobleme auf jeden Fall. Also ich brauche mehr Geld. Ich brauche die, die finanzielle Sicherheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Damit ich weiß, ich bin immer auf der sicheren Seite. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Oh, drei Daumen nach oben. Einen Daumen nach unten. Beeindruckend. Ja, das sind dieselben Kommentare. Wer denkt, dass das ein YouTuber ist? Da kann ich nur lachen. Was ein Narr. Scheiße. Okay, Spaß. Ich habe dieses Video von diesem Video mehr erwartet. Okay, das ist ein normaler Kommentar. Wer du mehr erwartet hast, ist es schön und gut für dich. Interessiert mich nicht. Okay, Spaß. Okay, das ist nämlich schon. Na gut. Wegen den Effekten. Wir gehen mal aufrüsten. Okay. Dann gehen wir mal einkaufen. Und schauen mal nach, was wir noch kaufen können. Weil ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin müde. Schlafen. Wir gehen erst mal schlafen, Leute. Wir gehen erst mal schlafen. Das ist so wichtig im Leben. Ähm... Obwohl ich könnte was Neues kaufen. Ne, hier... Oh, hier Primär Lights. Primär Advanced. Das sind mehr Effekte oder nicht? Sind da Effekte? Bestimmt, oder? Oh Gott. Kann ich bitte draufklicken? Ah, hier. Effekte. Titel wählen. Da sind Effekte. Hol ich mir. Nice. Jetzt habe ich mehr Effekte. Sehr gut. Während du im Internet surfst, stößt du auf folgende Links. Sieht ihr an, wie diese Person ihr Leben nur in 5 Sekunden ruiniert? Das glaubst du nie. Ähm... Ignorieren. Gut gemacht. Du warnst deine Follower in sozialen Netzwerken vor dem Virus, was sie gut finden. Okay. Ich meine, das ist doch klar, dass man auf sowas nicht klicken soll, oder? Oh Gott. Das ist so lächerlich. Aber na gut. Wir haben ein neues Bearbeitungsprogramm, was sehr gut ist. Jetzt werden wir erst mal noch einen Salat essen. Und dann werden wir uns wieder drauf begeben, ein Video zu machen. Obwohl 24-Energie ist normalerweise genug, ne? Ja, egal. Wir machen noch ein Video. Und essen einen Salat. Würdest du uns unterhalten? Nein, keiner mag dich. So. Und jetzt gehen wir erst mal ein neues Gaming-Video machen. Wir müssten mal wieder ein neues Spiel holen. Ähm... Ein letztes Video machen wir noch dazu. Zu Call of Furry. Weil ich meine, wieso nicht, ne? Wieso nicht? So. Kannst du bitte von meinem Platz weggehen? Äh... Wohin gehst du? Äh... Video erstellen ist ganz vorne, du Loser. Ja, geht doch. Meine Güte. Was soll das? Okay, Spaß. Sorry. Ich lasse nicht aus. Alles bestens. Okay, alles bestens. Keine Panik. Ich schwitze nicht. Mir geht's gut. Hä, 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 hä. Mir geht's gut. Ich schwitze nicht. Okay? Alles bestens. Keine Panik. Puh. Ich liebe diese Tastatur. Die ist wirklich cool, ey. Also ich wünsche euch nicht so eine Tastatur. Vor allem, wie wir ihn einfach wegbringen vom PC. Aber na gut. Du startest die Aufnahme. Tanzende Begrüßung. Wuhu. Yes. Zeit, bevor das Spiel startet. Ärgerface. Ähm. Wütender Kommentar. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ähm. Oh, ich hab gar nichts. Oh, nein. Feierlicher Schrei. Jetzt muss ich weniger Energie verwenden. Ich hab noch vier Stück vor mir. Ladebildschirm. Äh. Unlustiger Kommentar. Hat zwei Energie, deswegen kann ich nichts anderes nehmen. Ich muss es nehmen. Ähm. Noch drei Stück haben wir. Du hast 20 Kills gemacht, bevor du getötet wurdest. Ähm. Äh. Äh. Ja. Ja, okay. Alles gut. Puh. Acht Energie, wir können zwei Fierer nehmen. Oder. Sinnloser Kommentar. Nee. Doch, ich kann nichts anderes nehmen. Ja, ist schon in Ordnung. Und du schaltest die Kamera aus. Ähm. Mö, 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 mö. Ich könnte das hier nehmen. Ich nehme das hier. Ist in Ordnung, ne? Ja, ist in Ordnung. Okay. Nice. Ähm. Hallöchen, bist du denn? Ich habe gehört, dass du ganz gut das Video machst. Könntest du für mich das Spiel aufnehmen und es hochladen? Ich werde es dir schicken. Okay. Belohnung. 270. Akzeptieren. Was? Ich habe nicht mal geguckt, was das Ziel überhaupt ist. Aber 270? Sofort akzeptieren, natürlich. Wow. Einfach nur wow. So, 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 ist in Ordnung Und hier haben wir noch mehr Effekte, Kontrast Bam, das hier, und das hier, und das hier Ha, yes, wuhu Okay, nice, ich werde es dir schicken Okay, sehr gut, muss ich dafür eine Konsole kaufen, wahrscheinlich, oder? Könnte sein, Leute, neue Dekord, hochladen Sehr gut, und das Video kann ich auch promoten, eigentlich Aber na gut, ich gucke mal, was drin ist Äh, ein Spiel, dann lass mal sehen Kann ich dazu ein Video machen, ein Spiel wählen Okay, ähm Kann ich dazu Konsole kaufen? Ah, ist natürlich problematisch Was für eine Konsole ist es denn, bitte? Das würde mich interessieren Äh, Nikosoft X, Z-Box 360 Okay, Z-Box 360, die Box Oh Gott, die ist echt gut Ich weiß nicht, okay, wir gehen erstmal arbeiten Für 40 Dollar Wir gehen erstmal arbeiten, damit wir Schön fleischig im Leben sind Und dann können wir uns vielleicht die Z-Box holen Die sehr teuer sein wird Aber dafür gibt es auch eine Menge Geld Vor allem, wir haben erst den 18. Mai Was bedeutet, wir müssen erstmal keine Miete zahlen Was ebenfalls sehr, sehr gut ist Oh, wir haben 48.000 Monat Und heute knacken wir auf jeden Fall die 50.000 Und wir bekommen Geld dazu Und jetzt gehen wir erstmal einkaufen Ja, okay, nice Aber, mach mal Wir gehen, wir gehen keine Spiele kaufen, oder? Ich will keine Spiele kaufen Ich will wortwörtlich Ähm, Video dazu machen Für die Z-Box Spiel auswählen So, und jetzt, ähm Gameplay Konsole kaufen Da haben wir es Okay, nice Äh, Z-Box 449 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich hab das nicht Ich hab nicht das Geld Gebe ich mein Geld zu schnell aus, Leute? Was sagt ihr? Oh, ich verdiene jetzt viel, viel mehr Aber Werde ich das Geld gleichzeitig bekommen? Oh Gott Ich hab keine Ahnung, Leute Ich glaube ja weniger, oder? Oh Gott Leg dich schlafen, bitte Leg dich schlafen Kurs kann man immer noch fortsetzen Gar keinen Bock auf den Kurs, ehrlich gesagt Ah, müssen wir machen Müssen wir machen Ah, es ist so nervig Die Kurse sind wirklich so nervig, Leute Aber das Problem ist Ich kann's nicht machen Ich glaube Es ist zu teuer Es ist wirklich so teuer, Leute Ich müsste jetzt wirklich So viel arbeiten gehen Wie noch nie in meinem Leben Verdammt Jemand ruft an Denn ich sei so ein erfahrender YouTuber Bist, möchten wir Vom Sterne Verlag Dir einbieten Deine Biografie zu veröffentlicht Hattest du ein Dessel daran Ja, ja, ja Okay Der Verlag stellt fest Dass du überhaupt nicht berühmt genug bist Und, äh Sehe ich Niemand für ein Buch Über dein Leben interessiert Ich geh erstmal Schuhe zu putzen, okay Ich geh erstmal Schuhe putzen Ey, ohne Scheiß, ne Leute Aber das wäre so merkwürdig Wenn jemand wirklich An meinen PC gehen würde Ich hasse das Wenn Leute das tun Wirklich Meine Güte Äh, wir werden kein Geld Für die Z-Box haben Ich werde auch kein Geld bekommen Äh, wir gehen Nein, ich kann Ich kann nicht mal Ein neues Game-Video machen Ach Gott Wir, wir, wir Wir kaufen das Spiel erstmal Ich kann nix machen Ich kann mir die Konsole Nicht kaufen Meine Güte Meine Güte Ich meine, es gibt Mehr mehr Geld dafür Wir hätten eine neue Konsole Und es lohnt sich ja auch alles Aber es geht nicht Ahm Ne, es geht nicht Wir müssen jetzt erstmal Ein neues Spiel kaufen Ja Hier, einkaufen So, ein neues Spiel kaufen wir erstmal Das ist so ätzend, Leute Ich brauche mehr Geld Ich brauche wirklich mehr Geld Es ist so nervig Wir müssen mehr Videos machen, Leute Einkaufen Hallo Äh, kannst du mal bitte einkaufen gehen Wo bist du? Äh, wo bin ich? Hallo Was ist, wenn ich mich schlafen lege? Ich sollte doch Ah, ich bin Wir sind stuck Wir sind fort Ich das Arbeiten Dann gehen wir halt arbeiten erstmal Oh Gott Oh Gott Kannst du mal bitte arbeiten gehen? Er, er, er kann nicht Ist das dein Ernst? Du gehst jetzt da weg, oder? Oder ich töte dich Ich glaube, ich muss wieder zurück ins Menü, Leute Okay Ähm, wir sind wieder zurück Das war ein sehr zahlisches Leben Was ich da hatte Wir bewerben das Video Und gehen erstmal einkaufen Alter, der Typ hat so genervt, ne? Alter, ich hasse ihn so sehr in meinem Leben Jetzt ohne Witz Aber na gut Äh, wir gehen erstmal Was wollte ich kaufen? Äh, zum einen Spiele Spiele wollten wir kaufen Bei Amazing On Ja, genau Da gibt's Eine Menge Spiele Ich muss mehr Videos machen Definitiv mehr Videos Brauch mehr Abonnieren Oh, wir haben bald 55.000 Sehr gut Aber welches Spiel kommt gut an? Ähm Ich glaube, ich würde gerne ein teures holen, oder? Das kommt ganz gut an hier D-E-S-S Okay, das, ähm Kaufen wir dann Yeah Du hast eine E-Mail erhalten Ich liebe deine Videos Aber dein Zimmer sieht zu leer aus Ich habe ein paar Sammelobjekte Die gut zu dir passen würden Ich würde dir ein paar von ihnen für 50 verkaufen Ich, nein Ich, oh Gott Ich wollte es annehmen Ich hätte es wirklich angenommen Öffnen Na gut Verdammt Ich habe Opponenten verloren Weil ich nicht verklickt habe Dein Ernst Oh Gott Einkaufen Nein, nicht einkaufen Wie, wir machen jetzt ein Video Wir machen jetzt ein Video Ich panicke nicht alles bestens Okay, nein, ich panicke doch Okay Oh Gott Das kann nicht wahr sein Na gut Oh nein, nein, nein Ich kann kein Video machen Äh, ich muss es mal essen Bevor ich ein Video mache Stimmt's Ganz wichtig Essen So Macht Sinn Sonst mögen die Leute meine Videos nicht So, jetzt essen wir Salat Steigern wir damit unsere Energie Äh, 25-Energie ist nicht da zu viel, ne Also ich muss schon mein Essen ein bisschen mehr erhöhen Jetzt nehmen wir noch ein Brot Äh, 28 Essen Ja, wir brauchen auf jeden Fall 30-Energie für jedes Video Mhm Okay Man braucht, also Das mit den Energies, das, äh Ich verstehe schon Also natürlich, macht Sinn 29-Energie Okay, machen wir mit 29-Energie, Leute Machen wir ein Gameplay-Video zu Und wir machen eine Ah, nee, war das wegen dem Sponsoring Für, was das, also wegen dem Geld Äh, also wo ich nicht das Geld hatte für eine neue Konsole Habe ich deswegen Minus Also jetzt, hier 10% Abonnenten verloren Oder weil das, weil ich aus Versehen nicht passe gesagt habe Ich glaube, das war wegen dem Passen, ne Ja, war wegen dem Passen Ha, aufrüsten Oh, cool Stimmt, stimmt, stimmt Hier kann man es aufrüsten Sehr interessant Aber na gut, ähm Kann ich jetzt bitte ein neues Game-Video machen? Ach so, wenn ich auf Aufrüsten klicke, dann Verstehe Neues Video starten Na gut, dann lass mal sehen Normale Auflösung Pop-Schutz Bla, bla Bla, bla Und fortsetzen Let's go, ähm Atombomb Atombomb Ben Time Baby Das ist richtig Das ist der beste Titel ever in meinem Leben, Baby Okay, let's go Woher gehst du? Ach so, du gehst zum DS Na, macht Sinn Okay, du spielst auf Nintendo DS Intro mit Logo Ja, das ist gut Bam Sehr geil Interaktiver Ladebildschirm Ähm Boah, philosophischer Kommentar wäre heftig Nehmen wir wütender Kommentar Zehn Energie Alter, das war zehn Energie Du hast deine harte Aufgabe bewältigt Ähm Nehmen wir Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Energie Noch zehn Energie für vier Stück Fünf Stück Ne, vier Stück Zu wenig Oh Gott Hauptmenü Sarkastischer Kommentar Nein Ich hab keine Energie Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt Nehmen wir einen mürtelischen Blick Etwas ganz billiges Ausschnitt Nehmen wir ebenfalls etwas ganz billiges Und jetzt hoffe ich mal, dass ich zum Schluss noch etwas Ähm Du schaltest die Kamera aus Okay Da nehmen wir Abspann So, damit wir wenigstens zum Ende kommen, ne Macht Sinn So, es wird nicht das beste Video ever sein Aber es wird gut genug sein, denke ich Also, na gut Oh, wäre YouTube-Videos wirklich so kompliziert, ne Ich weiß nicht, ob ich Videos machen würde Das wäre so kompliziert, Leute Und, äh Wir sind immer noch nicht bei 44.000 benennt Das ist so nervig Bei 50.000 Das ist so nervig, Leute Wortwörtlich So nervig So Ja, obwohl ich Ja, es ist in Ordnung Obwohl ist das nicht besser? Ne, ist nicht besser, ne Ne, 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 ne Das ist gut Das aber nicht Machen wir das mal so genau So, so und so Ist in Ordnung Jetzt nehmen wir Kontrast einstellen Äh Hintergrundmusik Natürlich Weißer Fokus Das hier Okay, dann lass uns das hier wegnehmen Und das hier nehmen Das könnte besser sein, denke ich Und jetzt können wir dann Und wie ist es aus? Neuer Rekord, yes Sehr gut Hochladen Okay, bestens Ähm Na, hoffentlich macht das genug Geld Wir könnten den Kurs mal wieder fortsetzen Aber leider Dauert das Video schon wesentlich zu lange Leider habe ich einen Fehler Ich habe mich verdrückt Einfach, okay Aber nur, Leute Wir haben mal das was für das Video Für mehr davon bewertet Ich vergesse Falls nicht in den Gitarren Das ist ohne gerne Kostet zu abonnieren Für dich im Video konntet Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Ciao, ciao Ciao